Die Kinder und die Kinder Anna, wir wohnen in einer der unendsten Städten in New York. Und sie gingen nun in die Kirche, wir wollten nicht wieder aufhören, wir waren elf Jahre alt. Und immer, weil sie auf die Gose wäre, und man hat Menschen geklärt, es ist so ein Schaftig. Und man hat sich auf die Gose gingen, und die Kiecks ist so ein Schaftig, und die Kinder und die Kirche. Und das erste Mal an ihr Leben konnten sie teilnehmen in einem Programm. Und sie hatten auch nur so viel Geld, und sie hatten auch nur so viel Geld, und sie haben auch nur so viel Geld. Und sie hatten auch nur so einen Schaftig, und die Menschen geklärt, wenn sie da sind. Und in der Versammlung gab es ein Doktor, so war auch schon eine Rekke Doktor, und wir wollten nicht, wir haben es schwerer Erech, und sie hatten auch nur so einen Schaftig, aber sie haben auch immer gesagt, Und er fangt dann Schaftig zu kicken. Und in einem von dem Mal wird einer so rumkickt in der Versammlung. Kickt dich gleich noch an! Und er kickt ihn so schaftig an, mit so einer Dage über. Und die Geschichte sagt, der Doktor hat niemals vergeten. Von dort schaft er sich. Dort wird sein Dage so froh. Er fuhnt ein Haus. Er hält dort ein Denk. Und wenn es hier alt wird und gestorben wird. Und die Leute mögen sein Testament auf. Dann wollen sie ihn aufgeholt, entdeilen, was er geschrieben hat. Der Überraschung. Stimmt nur. Das ist einer, der mich so schaftig anzieht. Soll 150.000 Dollar haben von meinem Aufgeholt. Ich kann hören, wo du sagst. Ich wünsche mir schaft er sich. Wieso dir? Wo dir das schaft er sich? 150.000 Dollar? Meuer? Weniger? Wir haben keinen Priester für. Aber er merkt ihn nicht. Er schaft. In Sprüche Kapitel 17. Versch 22. Ich sage dort. Eine Frau hat heute. Der wird Beter aus einer Gäude mal ziehen. Für mich. Und für die Menschen. Das wird auch mich sein. Schaft er sich. Dass die andere Menschen eine Frau haben wollen. Und du hast dir sogar Geld gespürt. Vielleicht noch eine Konsult auf den Doktor. Wenn du schaft er sich. Und die Welt brägt frohe Menschen. Und die Welt brägt Menschensohne aus einer. Wer schaft er sich. wer das Licht sieht, wer wieder geschickt aus den Trübbeln, wer wieder geschickt aus den Krankheiten, wer froh und was hat. Ich will die Motto sprechen, weil du und ich so eine Menschen sind, die schafft dich, die andere Menschen froh werden, und wenn die uns sagen, wird die nicht anders sehen, was Frau sind. Und wir haben ein gutes Zeichen für dich, weil ich sprüche sieben, jedenfalls zwei für dich. Gottes Ehren. Der Weg ist der Weg zum Help.